Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hallo Susanne, Grüezi miteinander Armin, das Rezept, das uns das Teleskop präsentiert hat, ist nach der Niedergar-Methode zubereitet worden. Was ist das genau? Mit der Niedergar-Methode wird das Fleisch zuerst bei hoher Temperatur stark angebraten, dann bei niedriger Temperatur ungefähr um die 80 Grad langsam fertig gegart. Und was ist der Vorteil bei dieser Methode? Mit der Niedergar-Methode kann man bis zu 10% vom Gewicht einsparen und das Fleisch wird zarter. Währenddessen hat man auch genügend Zeit für die Zuerbereitung für die Soße und für die Beilage und das Fleisch kann man besonders lange warm halten. Also ideal, wenn man Gäste erwartet. Richtig. Wie weiss man denn bei dieser Methode, wenn das Fleisch durch ist? Das kommt je auf die Grösse des Stückes an. Am besten nimmt man auch dort wieder einen Thermometer und macht dann Kontrollen auf die Temperatur, die man das Fleisch gerne haben möchte. Noch fast einfacher zum Weihnachten zu essen, kommt man mit unseren Quick-Spezialitäten von Coop Naturaplan und Bell. Und weil unzählige Familien an den Festtagen nicht auf ihr traditionellen Geräuschen verzichten wollen, offeriert ihnen Coop auch dieses Jahr alle Quick zum halben Preis. Lassen Sie sich also verführen, es geht ganz einfach. Quick mit Samterpackung im Wasserbad ziehen lassen. Nach einer Dreiviertelstunde rausnehmen und das Fleisch in Tranche schneiden. Danke. Und zum Beispiel mit asiatischem Gemüse und Mangoreis oder einer anderen Frucht aus einem grossen Festtagsangebot servieren. Nach und vor zu den Rennern an den Festtagen gehört natürlich auch ein feines Fondue Chinoise. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Fonduefleischsorten. Neu gibt es dieses Jahr auch Biorinfleisch von Coop Naturaplan und ein Fischfondue von Bell. Lassen Sie sich also verführen. Wer es an den Festtagen gerne stimmungsvoll, aber unkompliziert hat, ist mit einem Fondue Chinoise bestens bedient. Alles, was man für diesen Fondueplausch braucht, ist eine Fonduegarnitur mit sämtlichem Zubehör von Satrap. Die Soße kann man entweder nach dem Rezept auf der Packung selber machen oder nach Belieben aus einem grossen Sortiment von Coop wählen. Wie das Fleisch gefroren, hochdünn geschnitten, aufgerollt und für den Versand bereit gemacht wird, haben wir in einem kleinen Film festgehalten. Zum Schluss haben wir noch ein paar Aktionen ausgesucht, die Sie bestimmt gut brauchen können. Mora? Das stimmt. Unter anderem haben wir die Woche wieder verschiedene Halbpreisangebote. Zum Beispiel eine elektrische Zahnbürste von Trisa für 39,50 Franken. Die Dreieiherspirale von Gala gibt es für 1,05 Franken. Und ein Quick-Schäufe von Coop Naturaplan für 17 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen sollten. In 14 Tagen ist Weihnacht und Sie haben noch keine Geschenkidee. Unser Tipp heisst Reca-Scheck. Reca-Scheck werden auf zahlreichen Transportmitteln wie Bahn, Postautos, Schiffe oder Bergbahnen wie Bargeld entgegengenommen. Und man kann in mehr als 2000 Restaurants in der ganzen Schweiz damit zahlen. Beziehen können Sie Reca-Scheck in unseren Läden am Kiosk. Und wenn Sie die Superkarte dabei haben, gibt es einen Rabatt von 4%. Das war es für heute. In einer Woche haben wir für Sie weitere Tipps und Ideen für das Festtagsmenü beraten. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!